Wunderschönen guten Abend, mein Name ist Alibo Asam von der Firma Systent, Geschäftsführer dort. Ich heiße herzlich willkommen zur Präsentation der neuen Version unserer Software ASICS 4.0. Herzlich willkommen zum X-Day, zum Tag X. Wir stellen Ihnen heute hier die, ja die verbesserte, die optimierte Management Software ASICS 4.0 vor. Wir haben ASICS unter dem Vorwand entwickelt, dass Unternehmen schneller werden, agiler werden, dass sie einfach Veränderungsprozesse sehr schnell absolvieren können. Mit der neuen Version jetzt eben wird das möglich, dass die Mitarbeiter mit dem Ding einfach Feedback geben. Ja, das ist der Auftrag, der ist erledigt, du hast ein Foto, das passt. Und so kriegt man eben auch bis ganz oben hinauf in die Führung sofort diese Information. Und so kriegt man eben auch bis zum X-Day.